Also ich hoffe ich kann die Reihe gar drei gut oder so die Burg da noch einnehmen und das häuschen sieht ja mal ganz gechillt aus habe ich muss aber das denke ich noch upgraden ich check mal ich muss jetzt ich sollte jetzt mega reich sein nein bin ich nicht ich bin ein armer sack ja da fehlen noch paar upgrades okay ich checke mal was ich so auf der map habe ja ich habe noch die letzte Burg nicht eingenommen und jetzt die Hörkmission also ich denke mir fehlt noch Hörkmission die letzte und die letzte Burg und sonst habe ich dann alles im Spiel erreicht was ich so erreichen wollte natürlich nicht alles erreicht also alle Sachen und ich habe denke ich das Spiel erst zu 55 Prozent durch oder so hallo was das für ein Spiel die Mission nimmt nur 50 Prozent des Spiels ein das ist immer ein Open-World-Game scheiße jetzt habe ich sie ausgemacht so ich verkaufe mal ein bisschen schnell verkauf ja ein bisschen nachkauf Pagan ist zwar tot aber seine Festung Ratschgard steht noch die Truppen dort sind ohne ihren Anführer recht unorganisiert du solltest sofort einen Angriff starten solange sie noch geschwächt sind ja Pagan Dienstfestung ist geschwächt okay da war ich ja gerade auf dem Weg dorthin okay dann geht es auch ab nach dorthin ich höre einen Adler wieder der mich gleich zerfleischen will so Autos gibt es nur da auf der anderen Seite dann gehe ich mal rüber und dann wird auch die Burg eingenommen solange sie auch noch geschwächt ist die sieht bestimmt voll cool aus die Burg ja und ich weiß nicht ob ich noch eine Aufnahme mache ich denke ich mache denke ich noch eine Aufnahme zu Far Cry 4 oder naja irgendwie habe ich auch keine Lust ja dann mache ich halt höh woher kommen eigentlich die Typen hier hä wieso kann ich ihn nicht treffen woher kommen eigentlich die Feinde ich habe doch alle Außenposten eingenommen das das kann doch nicht sein dass hier noch Feinde sind ja hier ist Rebi Rebi oh Rebi hat bestimmt ein neues Thema okay ah scheiße du Wichser kannst du nicht erzählen dass Pagan gefallen ist nein nein Leute nein nein ich helfe keinem ich brauche keine Karma Points das ist das Problem ich fahre dann einfach weg zur Burg weil ja ich muss nur in dieser Aufnahme die Burg einnehmen und die Hörküche machen und da muss ich mich ein bisschen beeilen für dafür ja dafür du hast den Außenposten nicht verteidigt ja habe ich nicht na und ah wurde er etwa eingenommen ne der wurde nicht eingenommen ah die Leute schaffen es auch alleine okay scheiße ja die Oberkörper der Leute von Q-Ride ja das hast du schon erzählt okay ähm Kamerikens oh fuck oh fuck aussteigen 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 spring raus Reigard Gulag so die Burg ähm die Tore sind offen für Gäste und dann nehme ich mal Drogen meine Spritze ich habe neun Stück richtig viele Drogenspritzen kann ich das jetzt hier abreißen ohne hier eine Molotow zu werfen ne kann ich leider nicht muss ich wohl hier eine Molotow werfen aber ich denke das wird dann zu laut sein die wollen mich dann bemerken so dann gehe ich mal kurz rein ganz ganz leise die oh oh die Soldaten sollten sehr unorganisiert sein ah boah das war richtig gefährlich wow 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 das war richtig gefährlich ich gehe mal ich komme mal von der Seite hier oh da kann man hochklettern das ist das was ich hier jetzt brauche weil irgendwie muss ich ja da reinkommen und da kletter ich mal hoch oh oh leise leise ganz ganz leise mich sollte niemand sehen sonst gibt es problems oh oh was passiert wenn ich hier hoch hochkletter scheiße 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 der Typ kann mich sehen ich weiß nicht was ich machen soll okay Typ geh nach rechts ich muss da runter ich muss da runter okay lass mich runter okay mich hat niemand gehört mich hat niemand gehört ich bin ganz leise ganz tausmässig hier einer weg einer weniger okay sehr fein okay da ist nur ein weiterer also den Typen habe ich erledigt wo ist denn der Alarm das ist aber eigentlich voll doof dass noch hier der goldene Vater am Start ist ohne Pagan eigentlich sollte der jetzt aufgelöst sein aber so ist das halt das Spiel man soll hier alles einnehmen können noch bis zum Ende also was man noch nicht eingenommen hat ich hoffe der bemerkt mich jetzt nicht der Typ oh Banane habt ihr das gesehen habt ihr das gesehen wo Feuer okay der Typ geht da rein der Typ geht Typ scheiße 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 Alarm nicht Alarm aktivieren lassen scheiße 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 nein ich wollte mich verarschen ich wollte mich verarschen wie sind sie da hingekommen so ich nehme jetzt mal das fliegende Teil hier und dann fliege ich mal hoch ab in die Lüfte ab in die Luft ab in die Luft ab in die Luft Feuer hier fett am Granatenwerfer schießen wo sind die Feinde wo sind die Feinde ich sehe sie nicht ich muss mich jetzt hier organisieren Feuer yes Junge bam zack der nächste weg da oben ist noch einer oh scheiße die kommen aus der Luft wo sind die Feinde wo ist der feindliche Heli ich sehe ihn nicht wo ist der Heli ich höre ihn von 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 geradeaus oh scheiße oh scheiße schnell spritze fuck ja die Burg ist schon heavy also ich darf jetzt hier keinen Bullshit machen ich muss die Burg knacken das geht hier wohl gar nicht so weiter also ich habe ein bisschen scheiße gebaut also die Burg ist gar nicht mehr so easy obwohl die auch schon geschwächt ist also ich habe ein bisschen scheiße gebaut ich hoffe nicht in den Flieger einsteigen ist doch gar nicht so easy im Flieger zu kämpfen weil da muss man die ganze Zeit in Bewegung bleiben und so weiter und das kann ich nicht wirklich und ja das ist halt so da muss man halt Training haben und das habe ich halt noch nicht mit diesen ganzen Fliegendingern das ist das erste Mal dass ich so mit dem Mini-Heli kämpfe und so weiter und das ist ein bisschen schwierig und deswegen ja ich gestorben also nächste Spritze ah nee jetzt hat sich die Spritze erneuert oh oh huu ich komme von der gleichen Seite oder 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 ich versuche mal durch die Mitte ich versuche es mal durch die Mitte so kann ich nach rechts nein kann ich nicht der Typ da der sieht so böse aus oh oh ganz gechillt ihr seht mich nicht ihr seht mich nicht habe ich gesagt du Wichser da oben du siehst mich nicht ich habe gesagt niemand sieht mich ich habe wenn ich das sage dann ist es so ja dann muss es so sein so ich bin durch die Mitte reingekommen das ist mal ganz gechillt jetzt muss ich noch die Feine ausschalten langsam aber sicher mhm das wird aber nicht easy sein okay ich denke ich tot neine Typ okay der eine ist weg aber der eine oben hier der wird gefährlich sein da muss ich den hoffen warten bis er hier runter kommt ja sonst wird es ein bisschen bullig sein wenn ich den abknalle sehen sie das sofort das darf ich nicht okay den Sniper da oben darf ich auch nicht ich muss hier warten bis der schwer gepanzerte kommt was passiert oh oh der Typ kommt wieso was ist los Leute nein sie haben bestimmt die Leiche gesehen dass einer von ihnen tot ist das ist doof das ist doof gewesen ja ist ein bisschen doof der ist einfach so umgefallen Herzinfarkt mit einem Pfeil in der Brust ja fick dich so ihr habt keinen Bock mehr hier irgendwie mich zu verstecken hier muss gebankt werden so so stirb Sniper stirb so ich hab hier ein dickes Ding bei mir am Start kann ich das ausschalten nein kann ich nicht mehr ausschalten bringt jetzt nichts mehr auch weil der Alarm ist aktiviert stirb stirb du Wichser stirb ja du nimmst dein Ding nicht vom Abzug ist mir aber egal stirb 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 nicht ganz jetzt aber jetzt aber jetzt aber jetzt aber so durchlöchert mit Pfeilen das war ganz geschütt den auch gestorben so aus der Luft kommt jemand scheiße nein die Wichser sind da heilen heilen habe ich gesagt so noch gehealt jetzt hier schnell den Raketenwerfer raus taken und schnell mal zu ihnen scheiße ich denke da sind zwei feindliche Heelies am Start so jetzt will ich aber anvisieren anvisiert anvisiert piep komm komm nein jetzt hab ich ihn wieder verloren hä wieso verliere ich ihn aus dem Visier das verstehe ich nicht das verstehe ich nicht ich verstehe das einfach nicht so ich denke per Hand töt ich ihn besser nein auch daneben schnell heilen was für ein scheiß was für ein scheiß ich kann den Heelies nicht töten der Raketenwerfer ist scheiße scheiß Spiele so jetzt aber nein daneben was ist das denn oh jetzt aber boah da habe ich ihn mal zerstört boah da ging da hatte ich mal einen kleinen Fortschritt so da war ja mal was am Start ein Heelie kaputt einer kaputt okay wo sind die Feinde da ist ein Wichser so der erste tot wo ist der zweite also ähm ähm stirb du auch okay wo sind die nächsten Wichser wo sind die nächsten Wichser da ist ein anderer Wichser ich denke hier durch zu schießen bringt nicht wirklich viel was boah drei schwer gepanzerte Typen tot der erste tot der zweite nein noch nicht ganz jetzt aber jetzt stirbt habe ich gesagt ich habe gesagt stirb ich habe nicht unendlich Munition oh 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 einer fickt mich in den Arsch einer fickt mich in den Arsch beziehungsweise der Heelie hier stirb Heelie stirb ich habe gesagt stirb Heelie stirb Takedown ah wer will okay der nächste wollte nicht kommen oh oh heelen 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 wo zum Glück so viele Spritzen ah ah ja ja das ist jetzt schon ein bisschen heavy hier das ist jetzt schon ein bisschen heavy heilen ich habe gesagt heilen hu 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 weil Feinde ich kann nicht durch die Wand schießen was das für ein scheiß was ist das für ein scheiß so ich will mal ins Gebäude ein bisschen hier campen ein bisschen chillen oh ich habe gar nicht so viel Munition verbraucht bestimmt weil ich nachgeladen habe schon mal also nicht nachgeladen so ein bisschen weil ich Munition schon mal nachgefüllt habe deswegen habe ich nicht so viel Munitionsverlust heel ich stirb nein heelen hu 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 ich bin fast gestorben boah das war schon heavy so jetzt gibt es keine Verschonung keine Verschonung stirb hili äh äh hurensohn hurensohn jo da kommen die Wichser da kommen die Wichser wieder da kommen wieder die Wichser die dummen Wichser stirb so Wichs Wichsili stirb stirb Wichsili so bist du tot ich seh nur rot bam oh da ist ne Mine da ist ne Mine da muss ich unbedingt rein in die Mine oh scheiße da hat er Leute abgesetzt ich muss nicht heelen 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 oh 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 ich hab keine Spritzen mehr das ist scheiße das ist scheiße dass ich keine Spritzen mehr habe ich muss nochmal heelen nein ja das ist euer Kampf aber ich bin der Gewinner aber ich bin der Gewinner stirb boom nein ich meine ja 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 so stirb ich lass dich ich lass dich nicht bluten ich lass dich einfach nur in kleinen Stücke zerfetzt werden lassen hö ähm ich weiß nicht wo da ist der Wichser ich muss hochrennen zu dem nach oben ich muss dem hinterherrennen so bam Plakat kaputt yeah noch ein bisschen Propaganda kaputt nein abgeprallt du hattest Glück du Wichser stirb yeah gulag reigert festung erobert vier von vier oh yeah ich hab schon ich hab gedacht hier sitzt Pagan aber anscheinend doch nicht hier drin oh hier ist eine Karate Fashion Week Aufgabe aber oh da ist bestimmt die letzte Fähigkeiten ich hab wieder zehn Punkte zum upgraden hab keinen Bock zu upgraden das bringt mir eh nix so mir fehlt der die Sprengstofftasche der Küderbeutel der Geldbeutel das bringt mir aber jetzt nix weil ich hab eigentlich das Spiel durch also die ganzen Missionen durch und jetzt fehlt mir nur noch Hörg also ich hab keinen Bock jetzt auf diese Mission da wen muss ich da eigentlich töten wenn da ein cooles Tier ist dann mach ich die Mission sonst ja überspringe ich es halt es ist halt nicht so wichtig die zu machen ok welches Tier verwandle eine lokale Tragödie in ein Fashion Statement Dickhaut der seltene Elefant ist von einer seltenen Krankheit befallen die zu die zu Wahnsinn und schließlich zum Tod führt beendet sein Leiden und eine und ihre Dickhauts andenken mit Mr. Chiffons mütigen Designermode also Dickhaut Elefant wollte schon immer töten boah alter geil 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 wollte schon immer machen also das ist ne coole hier Mission Reigard erober befreie Außenpost in dieser Region befreite Außenpost in dieser Region werden nicht mehr von Paragans Truppen angegriffen ok so jetzt ist der Royal ist die Royal Army ganz im Arsch naja ok nicht ganz da sehe ich Royal Royalisten Royal Arme 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 Listen so da muss ich hin also da kann ich so weit ich kann nicht sogar zu Fuß dahin was 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 ja ja Aha, das, das konnte nicht Paragamin sein, der gerade geredet hat, das konnte er nicht sein, das kann einfach nicht sein, dass er es gewesen ist. So, hier gibt es Waffen, oh, mit einem Flammenwerfer, das ist schon heavy, ich ersetz mal den Granatenwerfer gegen den Flammenwerfer, so, los geht's, mal kurz nachladen, die Waffen, die man immer da bekommt, sind nicht voll nachladen, das ist immer voll doof, also nicht voll doof, aber ein bisschen blöd, so, lege dick Haut mit Feuer, okay, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, da ist ein Dickhaut Typ, oh, arme Menschen, hallo Dickhaut, was, wer hat das gesagt, oh, der ist cool bemalt, seltenes Tier geheutet, 0 von 1, oh, der ist ja voller Verletzungen, armes Tier, ich mach dir nichts, nein, wow, ich greife mich an, wow, nein, was so ein Hurensohn, wieso kommt der jetzt auf einmal, nein, woher kam das verfickte Hurensohn-Auto, woher kommt da so ein Hurensohn, verfickter, ah, nix, Vorsicht, ich muss mich in Sicherheit bringen, schnell, heil dich, wer, wer, wer ist so doof und fährt zu einem verrückten Elefanten hin, so, stirb, Elefant, stirb, verbrenn, verbrenn, wow, wow, der geht jetzt hier nicht ab, man, schnell mal nachladen, wow, lad schnell nach, ich habe sogar schnelles Nachladen entwickelt, Elefant, wo bist du, okay, so, Elefant, Elefant, so, come on, nein, hallo, Elefant, Elefant, wow, der überlebt auch so viel Feuer, der Elefant, als ob der Elefant so heavy ist, so viel überlebt, so, stirb, okay, schnell mal nachladen, wow, ist schon am fackeln, ist schon am rauchen, der Elefant, alle Menschen tot anscheinend, ja, wenn man so doof ist, hab ich umkicken lassen, nein, ich bin jetzt tot, nein, ich bin jetzt tot, ich habe nur Chancen, nein, 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 oh, okay, er macht noch eine Runde, er lässt mich noch am Leben, so, ich halte mich noch einmal, damit ich volles Leben, oh, oh, er haut ab, er haut ab, er versucht abzuhauen, der Wichser, so, ich muss Bäume verwenden als meine Verteidigung, stirb, hab ich gesagt, wow, ich hab gesagt, stirb, nein, der ist so schlau, fuck, 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 rennen, 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 schnell heilen, ich hab gesagt, heilen, wow, der Elefant ist heavy, wow, viel überlebt auch noch, scheiße, ich hab gleich keine Munition, gleich gar kein Feuermeer, alter, da ist aber ein heavy Mission hier, also eine, äh, also eine Fashion Week Mission, boah, als ob der so viel überlebt, boah, boah, nein, Elefant, chillen, chillen, guy, frei, ah, Arsch abfackeln, nein, wir haben ihn nicht getroffen, jetzt aber, hallo, so, jetzt aber, er haut ab, der Wichser, stirb, nein, 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 lass mich in Ruhe, oh, ich hab ihn erledigt, boah, war das heavy, boah, war das heavy, boah, der Elefant war auch heavy, ich hab aber leider nicht gesehen, wie der umgefallen ist, so, das war richtig heavy, yeah, oh, wo ist denn die Fashion Week, also ich hab ja das alles für den Fashion Week gesammelt, so, was kann ich mir herstellen, Sprengstofftasche, yeah, so, oh, was war da gerade, ein Kontakt wartet auf dich, geh zu ihm, okay, wo ist denn der Kontakt, mhm, ganz interessante, oh, was ist denn der, äh, der königliche, ja, der königliche Palast, der mir jetzt mittlerweile gehört, oder da sitzt, ähm, diese Amita, ich weiß gar nicht, so, wo ist denn hier das Ding, äh, hallo, wenn es doch mir anzeigen würde, auf der Map, wo das ist, ich würde aber gerne noch die Hörkmischung machen, nee, ich denke, in der nächsten Aufnahme mache ich die Hörkmischung, weil ich kriege das jetzt einfach nicht hin, zeitlich, ich hab nur noch knapp 10 Minuten, hallo, wo ist denn, da, ah, da ist Mister Chiffon in seinem Häusen, in seinem, ja, Haus, wo der, die ganze Zeit am Leben ist, wo ich ihn auch das erste Mal getroffen habe, da hockt er auch herum und da müssen neue Kontakte sein, was weiß ich was und, äh, die Fashion Week sollte jetzt, ja, bald beginnen und dafür hab ich ja die ganze Zeit gesammelt. So, ich vä, die Frage, wie ich meine, die Sekunde. So, ich vä, die kann jetzt einen nahe Häusen, wenn ich in meinem Haust, wie ich meine, die, 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 das